Heute geht es ab nach Pai. Es waren 1864 Kurven auf uns. Ja geil. Freust du dich? Wir sind gerade in Pai angekommen. Emme? Ja. Genau. Und unsere Taxi sind auch schon da. Wir sind bereit für die Weitung fort. Was denn? Kickstart. Ja. 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 Wir sind in Pai und unserem Hostel angekommen. Wie schön ist es hier bitte. Wie schön. Wir befinden uns gerade auf der Bamboo Bridge in Pai und es ist eine meterlange Brücke aus Bambus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.